warte mal ich hab mal ne klasse Idee Moment ich jump mal ich hole ne Mo so wir brauchen Leitern was ist denn das schon runter kackt wieder gleich ab oder was lol und runter so und und kackt jetzt ab pass auf ich krieg nur rechte Maustaste he he und das sind wir auch schon wieder von ner tödlichen Kiste hmm so jetzt aber nochmal haben wir das andereaus also leider das Herr ähm ähm ja Leitern äh äh so ne ähm ja ähm, ja, also, warte mal ran, war schon eine Idee, äh, ne, ne, ist halt eine Kiste, ne, ach so, warte mal, wir machen mal hier so, hier so, ist das der Leiter? Hm, so, machen wir hier, so, was ist das? Ach so, äh, hm, machen wir hier voll, und, kommt so eine Leiter, wie kriege ich jetzt eine Leiter raus, äh, wie lange ist das her, ach ach mal, ähm, normalerweise wäre das für mich eine Leiter, was ist daran, jetzt keine Leiter, lasst mich mal ganz kurz überlegen, das jetzt, das, und das, und das, und das, wäre Rain, Rain, wäre das zusammen machen, wäre das die Formel, und die Formel, wäre das, wäre dann hier, ein Hund, ne, warte mal, sag mal, Mensch, wie doof stelle ich mich heute an, eine Leiter, komm, wir machen nochmal alles raus, und ich stelle mir mal vor, wie eine Leiter aussehen könnte, hm, eine Leiter, eine Leiter, ist, für mich, kommt das gleiche raus, ähm, was haben sich die Entwickler dabei gedacht, warte mal, warte mal, ich glaube, hier oben, das weg, warte mal, wir müssen das so, so, irgendwie, so, irgendwie, wie kriegt man das zusammen, entweder, nee, warte mal, wie denken die sich eine Leiter, oh, jetzt fangen meine Kopfschmerzen an, wie denken die sich eine Leiter, wenn ich mich ein bisschen aufrecht konzentriere, dann kriegen, ich kriege nicht Kopfschmerzen, ähm, feh, Moment, ich guck mal kurz nach, ich bin da zum Kacken, zu doof, alter, Mensch, Soweit habe ich gerade nicht gedacht. So. So muss man ja auch einer was sagen. Aber sonst habe ich es eigentlich nicht richtig. Könnte ich mir erzählen was ihr wollt. Ähm. Hm hm hm. Aha. Trotzdem ganz schön viel für eine Leiter wird hier gebraucht. Das ist ja extrem. Brauche ich ja für eine Tür weniger. So. Ach hier haben wir auch noch Stickies. Ach geht mir nicht auf die Eier. So das muss reichen. Männisch Pesch. Sagen wir ein in die Kacke und hoch geht's. Ab in unsere. Hm hm hm. Dächergemeinschaft. Wie nennen wir das? Dann machen wir hier noch so die Holzbalken hin. Aaaaaaah. Und da bin ich auch schon wieder. Ein kleiner Ausraster aber. Ist schon eigentlich nur ganz ganz okay. Und zack. Und dann machen wir gleich mal die Leiter hin. Nummer eins. Komm runter, komm runter, komm runter. Aaaaaaah. Aaaaaaah. Ach Kacke. Ich muss noch was essen. Pilze kann man hier nicht fressen. Das sollte ich lieber auch nicht essen. Ja mal rein hier und gucken wir mal ob wir irgendwas in unserer kleinen Lunchbox haben. Ohne unsere Lunchbox. Wir hätten Schingsack. Wir hätten Cola. Wir brauchen was zu fressen. Nicht irgendwas hier. Irgendwas. Wie könnten sie so ein Sabling fressen. So das war ein bisschen an Knochen rumbeißen. Aber nö. Wie gehen wir ausgucken und. Vielleicht wächst hier irgendwann so ein Schwein heran. Na meine guten Freunde. Ist der Creeper noch da? Vielleicht hat er irgendwas. Komm da nacken wir mal so schön Creeper an. Wo ist unser Schwertchen? Da hinten ist ein Schwein. Das wird jetzt braten. Komm her. Mein lebender Freund. Komm her. Komm her. Komm her. Komm her. Komm her. Und Sprint. Und. Charge. Ah. Bleib hier. Bleib hier. Ah. Es tut mir leid. Ey. Und wie hat er uns gegeben. Wo seine köstlichen Fleisch. Äh nix. Hat er uns Pölz gegeben? Ah. Wo geht's denn hier hin? Spannende Reifen. Nimm mal hier mal was. Spitz ceiling haben wir ja noch. Na die sind mir zur Hälfte kaputt. Sehr interessant. Hallo. Wann. sehr sehr viele lauter leere räume und zwei minecraft kackt ab so war wahrscheinlich zu dunkel doch jetzt kriegst du nicht mehr ab wenn ich bin zack ist weg scheiße ich habe nicht mal heißen dann gucken wir mal später die höhle an hier drin spawnt jedenfalls nichts mehr wird langsam dunkel wir sollten uns mal ganz schnell hier auf deutsch gesagt verpissen hopp 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 die kommen aus dem boden raus die wollen uns hören gute nacht leute ich gehe in mein kleines schlafgemach mir fällt gerade auf dass ich hier fast gar nichts baue und nur rum gucke so hier haben wir hier den weg können wir uns ein bisschen an der seite umgucken zu meinem schönen sonnenuntergang ich habe noch irgendwas interessantes eigentlich bin ich auch gar nicht weiter umbauen weil ja eigentlich alles schon sehr sehr gut ist sehr sehr perfekt und so wir haben sogar jetzt den leiter nach oben gemacht naja zu fressen bekommen wir gerade nichts gerade in der nacht würde ich ja nicht rumlatschen wir wollten ja wir wollten ja wir wollten irgendwie ihr wisst schon mal schwein da hinten hüpft ein schwein rum das wollen wir uns nicht in meiner schicht ach nee ist kein schwein ist ein skelett woher mal wolle es ist halt nichts mal zu essen nicht so gern also auch wenn man das versteht ihr ich wüsste ich was wir jetzt noch bauen können ich finde das alles hier voll perfekt müssen das klasse ich würde sagen was kommt da hinten für eine armee an okay ich wollte gerade noch sagen kommen wir könnten mal gucken ob wir hier irgendwie und spinnen ohne ende aber das klasse aus der ente machen können aber guckt euch mal die viecher an macht mal auf folge wenn ihr es nicht seht ist ein kranker shit normalerweise wird hier überall was bauen aber ich habe überall lichter dran gemacht stimmt es hätte hinten mal ein paar lichter machen müssen mache ich mal wenn es tag ist sonst kann ich auch schlecht rumlaufen oh da ist ein enderman siehst du mich ich muss ganz schön sagen hat schon viele zombies hier so weit das auge reicht also hier könnte man sich austoben mit rumbolzen ich habe eine spinne die für uns leckeres saftiges fleisch hat komm her spiddy komm her spiddy komm 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 näher ja gib mir deine punkte und hier hat man einen schönen romantischen weg fabelhaft das ist eigentlich für den baum ja das ist ganz schön groß das ist wirklich das dass ich euch vielleicht nichteremyanners aber das ist einfach so